Musik Wir sind in Sydney. Nach einer spektakulären Einfahrt bietet sich hier die Skyline vor uns mit dem Sydney Opera House, was an eine aufgespaltene Orange erinnern soll. Hätte man erahnen können, manche Leute sagen auch es sind Segel. Was meint ihr? Und natürlich hier hinter mir die Harbour Bridge, der große Coat Hanger, wie die Leute in Sydney auch sagen, weil es an einen Kleiderbügel erinnert. Guck mal, wir sind in Sydney. Wir sind in Sydney. Musik 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 Wir tendern gerade in die Stadt rein. Das ist einfach super beeindruckend, die Skyline hier. Musik 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 Das ist super groß, sogar mit Ledersitzen. Alles vom Feinsten. Ich bin total beeindruckt jetzt nach unserem Südseerraum mit den ganzen Klöpperkästen. Und jetzt geht's auf in die Blumen ein. Bei uns auf den Autobahnen ist nur 100 für Busse und 110 für Autos. Die kleinen Backsteinhäuser hier in den Vororten. Sieht aus wie in England. Die sind aufgeträumt.